Let's go, der wilde Hase! Ah, ihr macht mich hier! Sehr gut! Perfekt! Ich glaub, die Mission, die kann man sich noch relativ gut geben. Und dann war's das wieder für heute. Aber ich würde mal sagen, zeig' mal her, was haben wir denn da wieder Schönes? Gibt's wieder irgendwas Interessantes? Au, au, wo das gar nicht mehr so ins Widerhaus geschaut hat. Ja, ja, Sprinten! Öte Ausdauer! Ja, ja! So, sag' ich mal, definitiv nicht lang. X! Gehört schon mir! Gehört schon definitiv mir! Steppert, ausdauertechnisch sind wir auch relativ sehr gut bei uns. Ich würde aber trotzdem dabei bleiben. Ja, ich würde trotzdem bei dem bleiben. So, nein, ich hab... Handrohr! Okay! Das ist das, wo ich mich gar nicht bewegen kann. Bild ich mir jetzt gerade ein. Ist es das? Oh, wieder zwei Schwerter sind die... Besser? Nein! 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 Obwohl, wie sehr vertraut sind wir? Na ja, nicht wirklich weit. Nicht wirklich weit sind wir mit dem vertraut. Jaaa... 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 Kann man lassen. Kann man definitiv so lassen. Zeig' mir hier die Woche. Na, die andere! Die andere! Unbedingt die andere! Das ist die, wo man sich nicht bewegen kann. Jaaa... Das ist die! Eieieiei! Das Gute ist wenigstens... Hier muss ich nicht wie ein Depper der Paromide durchschauen, ob da vielleicht die grünen Männchen da am Start sind. Jaaa... Muss ich auch immer irgendeiner denken. Ich bin ein bissl gaga im Kopf. Alles klar! Die grünen Männchen! Alles klar! Zeig' mir her, was gibt's denn da für Unterschiede? Ohhhh... Nahkampfangriff! Fünf Prozent! Ist aber schon sehr sexy! KI, KI, Regeneration kritisch! Da haben wir Gift-Schutz des! Bissl Leben! Geisterschutz! Plus 200! Ohhhh... Muss ich aber trotzdem... Glaub ich bleib trotzdem bei meinem... Standardgeist! Der hat mir relativ sehr, sehr gut gefallen! Wie viel haben wir? Acht du Scheiße! Wir sind bei 10.000! Ich kann noch einen Stufe-Abstieg machen! Alles klar! Also ich würde mal sagen... Ausdauer würde ich jetzt mal... Definitiv mal nicht mehr machen! Weil es schaut relativ sehr, sehr gut aus! Was habe ich noch einmal bei Stärke? Bei Stärke... Achso, da geht's auch wieder ein bissl weiter runter! Aber dafür die Angriffe... Tests, Tests... KI... Impulse... Definitiv nicht schlecht! Schaut jetzt noch einmal aus mit den Fähigkeiten... Schaut auch nicht schlecht aus! Geist will ich jetzt auch mal lieber lassen! Gehen wir mal Richtung Herz! Schaut aber nicht so extrem aus! Aber... Ja... Schaut... Gehen wir mal Richtung Herz! Beeinflusst auch wieder KI... Waffenschwerterbögen... Also der Zwei-Schwerter-Stil... Ich glaub' der ist... Definitiv... Boah... Oh, ist weg! Oh, ist weg! Oh, ist weg! Ja, passt! Eh, wieder heiliges Wasser! Ganz, ganz wichtig! Ganz, ganz wichtig! Habe ich aber jetzt... In dem Fall nicht wirklich... Brauchen müssen! Na, nicht wirklich! Nicht wirklich! So Segen-Besucher... So Segen-Besucher... Godama... Würde ich ja jetzt auch einmal wieder dabei belassen! Ja, schon einmal nicht schlecht aus! So, wie schaut's bei dir aus? Was gibt's denn da jetzt schon wieder? Ja, 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 ja! Ein bisschen mehr Leben! Wär nicht schlecht! Wär definitiv echt nicht schlecht! So Fähigkeiten erlernen! Na, da geht einmal nix! Da geht auch wieder nix! Scheiße! Ja, wenigstens geht da was! Obwohl wir die nicht wirklich benutzen! Ah, ja, ja! Na, dann geh ich dann doch lieber Richtung Fähigkeiten! Ahaha! Da wehnt er wieder! Ei, 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 ei! Schon wieder noch Probleme, oder? Er hat wieder noch Probleme da, aber! So, du erhältst zwei Feuer... Ja, Feuer-Talismane, das ist schon mal definitiv nicht so schlecht! Wasser... Ja, kommt immer auf die Schwachstelle drauf an, hätte ich gesagt! Ah, da haben wir eh sogar wieder Meere! Ah, super! Das hab ich gar nicht gewusst kaputt, aber... Ah, da muss ich dann... Ja, da muss ich dann definitiv mehr das eine oder andere gönnen! Ja, ja, definitiv! Dosen! Das ist wirklich Dosen! Ah! Ja, das sucht aber noch gut! Passt! Talisman! Das können wir auch noch ein bisschen erhöhen, hätte ich gesagt! Ah, da schau! Da wünsche ich dir definitiv viel Spaß! So! Leider... Ah, ich hab noch was anderes zum Schnurz! Gott sei Dank! Gott sei Dank! So, warte jetzt kurz! Und... Ah! Und ich muss heute noch auch hacken gehen! Du bist deppert! Aber Gott sei Dank hab ich heute noch nicht so viel zum tun! Hab zwar viel zum tun, aber nicht so extrem! So ein bisschen eher so... Ein bisschen gechillter! Achso, ich hab mir gedacht, du beginnst sogar heute schon! Ja! 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 Irgendwas, was man sich reißen kann! Hahaha! Passt! So Fähigkeiten anpassen! Gibt's da wieder irgendwas Neues? Wichtig und wichtig! Da muss man auch ab und zu wieder drauf achten! Ob's da nicht doch wieder irgendwas gibt! Da schaut auch wieder sehr gut aus! Ja! Schon eh sehr, sehr gut aus! Spär! Jetzt auch mal so klasse! Man kann ja auch nicht wissen! Passt! Haxt! Vielleicht bei dem noch! Ja! Das haben sie eh relativ gut gemacht! Das haben sie eh relativ gut gemacht! Ähm! Ich würd nur ganz gern noch die neuen Sachen mal anschauen! Die neuen Sachen würde ich mir definitiv gern noch reinziehen! Das ist eben gut so! Was haben wir denn da Schönes? Entkräftigen! Okay! Schwäche! Ja! Verteilung! Verteidigung! Dass die Verteidigung vielleicht der Dezent am Arsch ist! Bin ich gut! Äh! Kunai! Das wird man auch so schadenstechnisch! Naja! Schadenmäßig ist einmal... Das wird mir nix! Ich glaub ich bleib noch dabei! Ja! Ich glaub ich bleib noch dabei! Wenn ich gesagt hab! Ähm! Ich würd entweder gern die Mission fertig machen! Oder in einer halben Stunde! Halben Stunde! Ich hab noch nicht einmal was gegessen! Ich hab den Stream eigentlich ehrlich gesagt sogar bevorzugt! Und hab auf Essen geschissen gehabt! Und hab gesagt, hab so nah! Ich erspäte! Wollte eigentlich lieber den Stream starten! Das wär mir lieber präsent! So! Ja! Ja! Digi! Na schau! Na schau! So! Ja! Ja! Ich mach mal... Die Tür ist auch wieder offen! Sehr gut! Sehr gut! Die Tür ist wieder offen! Bis teppern! Jetzt können wir drauf fahren! Ja! 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 Da springt man! Da weckt er die ganze Zeit! Komm ich her da! Wow! Ausdauertechnisch! Ja! 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 Und dann wird er uns auch wieder runterfahren! Ja! Das ist jetzt! Ja! 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 Ich habe immer die Angst, dass er mich da kriegt. Ah, da können wir wenigstens auch ein bisschen das Wasser ablassen. Ich würde aber trotzdem gerne da noch ein bisschen schauen gehen. Ich würde gerne noch ein bisschen schauen gehen. Schlaft der? Ah, der schlaft. Oh, oh. Ich da mal eine Kiste, wie ungefähr. Ah, okay. Ja, dann. Ja, wenn es so vorste Segler, da geht es dann eher weniger. Aber dafür kann es sich dann wieder freuen. Gerade aufs Wochenende ein bisschen mehr reinzuchten. Das ist ja wenigstens schon mal was. Das ist ja wenigstens schon mal was. Ein bisschen mehr wieder was zum Reinzuchten. Fix. Ist da wie ein Kost? Ist da wie ein Kost? Ist da wie ein Kost? Ja, fragt mich auf jeden Fall. Haha. Aber da gibt es was. Yippie! Ich habe es ja gewusst gehabt, da gibt es irgendwas in der Nähe. Ich habe es ja gewusst. Da war ja mal wieder was. Da war ja mal wieder was. So, wie schaut es denn da aus? Da gibt es eh nichts. Können wir da eigentlich entlang gehen? Ja, 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 ja. Ehe so wie immer. Ehe so wie immer. Oh, sehr was cooles. Akro. Akro. Aber so viel? Na, verbraucht gar nicht mal mehr so viel. Das merkt man. Den Unterschied. Wenn der Rüstung, wenn man gewicht, merkt man schon sehr stark. So, das ist jetzt einmal einer von mehreren Bossen anscheinend. Alles klar. Sicher, sicher aufpassen. Das ist doch einfach der Wirrworn. Ich merke, dass das dezente Gefühl hat. Bei ihm entsprechend, da muss ich Ihnen einmal etwas zeigen. Ich muss Ihnen unbedingt einmal die ein oder andere Fähigkeit einmal präsentieren. Hahaha. Dass der einfach ein Dezent von euch den Arsch ist. Auuuuuh, wie war? Da ist mir wieder etwas weitergegangen. Da ist mir wieder etwas weitergegangen. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt einmal ein richtiges Wochenende mal wieder habe. Weil dieses Wochenende seien wir nicht ab. Aber meiner Meinung nach ein bisschen für den Arsch. Zu kurz. Viel zu kurz. Samstag arbeiten und Sonntag beginnt schon wieder die neue Woche. Also dementsprechend... Ah. Rrrr. Hahaha. Aber weißt du, was ich meine? Belebte Waffe. Lebensregeneration. Aha. Wo ist das genau? Du warst das sicher, Master. Das warst du sicher. Was wird da eigentlich genau gemeint? Aber mehr Leben? Ja, okay. Plus zwölf. Das ist eh nichts. Aber mehr Armerita ist auch geil. Arme von mehreren haben wir mal ein bisschen. Da können wir mal... Ach so. Die Hunde. Deshalb haben sie es offen gelassen. Deshalb haben sie es offen gelassen. Aufregend war dieses Wochenende definitiv. Auch für mich. Ich glaube, ich glaube, das ist gut zu wissen. Also Empfehlung geht raus oder nicht? Meiner Meinung nach. Ich war es nicht. Ich war es jetzt ehrlich gesagt eher weniger. Ob sich das jetzt auszahlt oder nicht. Aber ich glaube jetzt... Ich bin dran. Oh. 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 Nein. Diese Dinger. Nein. Nein. Diese Wichser. Das sind richtige Arschlöcher. Passt. Danke für die... Danke für die Info. So, was ist mit dir? Etwa der Schisserer. Passt. Du komm mal her, Burle. Damit ich mich mal kurz konzentrieren kann. Weil sonst wird das mir überhaupt nichts. Digi, wot? Ich warte auf dich. Wo kommt denn der? Burle. Schurle. Er muss da oder noch so da dahinten. Er ist da durch oder was? Er da ist er. Alter, bis deppert hätte ich jetzt gerade eine Weltreise gemacht. Oh. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Gott. Ich bin mir nicht so ganz so sicher. Aber das sind... Ja, genau. Das sind die Explodierenden. Das sind wieder diese temperativen Explodierenden Havara. Ich weiß schon ganz genau. Haben wir es jetzt endlich geschafft, oder wie? Jetzt haben wir es endlich geschafft. Na schau, na schau. Und wie er da herkommt. Irgendwie macht die Waffe nicht ganz so viel schaden. Ich weiß nicht. Oder kommt es mir nur gerade so ein bisschen vor, weil die jetzt Level 15er sind. Meten in die Fresse. Das hat er sich verdient. Das hat er sich definitiv verdient, weil das ist so richtig ein Wichser. Wenn der beginnt zum Explodieren. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Oh, da kann man wenigstens ein bisschen jetzt spielen. Immerhin. Wasser. Ah, Wasser schaut schon wieder scheiße aus. Das wäre wieder geil, wenn man vielleicht ein bisschen das ein oder andere platzieren könnte. Ja, super. Hätte ich mir schon wieder ein bisschen gönnen können. Schau. Ja, sicher, sicher. Wieder ein bisschen Munition. Das, das, das. Ja, schaut gut aus. Das ist der Einzige. Ich glaube, das ist der Einzige, was ich jetzt mittlerweile nur gesehen habe. Der muss sehr rollt. Ich glaube. Ich glaube. Aber das wird nicht der Letzte gewesen sein. No, 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 no. Nehmen wir an so zwei. Ich weiß jetzt schon, einer von denen, was in dem Gebiet, das wird sicher auch so einer sein. Das wird safe auch sein, einerseits. Hundertprozent. So. Gönnen die. Ah, schweckt. Ja, ja, ja. Das soll man definitiv nicht nach. Willst du vielleicht die Zendingsfeuer einhupfen? Das wäre super. Weißt du, wie leihand das ist? Kann ich dir echt empfehlen? Kann ich dir echt empfehlen? Das ist super, habe ich gehört. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechtet. Na komm her, Burli. Bist du ein Schuhrecken? Ich gebe dir ein Schuhrecken. Das ist ja urleihand. Schuhrecken mit Leihand. Bin ich super. Auwein. Doppel? Okay, doppel gebe ich definitiv. Doppel oder nix? Doppel oder nix? Ja, Mann. Ja, Mann. Aber, Alter. Einfach mal einen doppelten. Du wirst ja. Du wirst ja. Gerze. Gerze. Aber ein Stamperl. Ein Stamperlform? Doppel? Ja, sag ich mal definitiv nicht. Ja, sag ich mal definitiv nicht. Muss geschmiert werden. Der Hals muss geschmiert werden. Also jetzt geht ich da mal schon ein bisschen nach der Herausforderung gebrauchen, gell? Nachdem ich die Tante da besiegt habe. Egi. Ich erwarte mich jetzt was. Bruder, ich fixe alle. Gleich immer wieder komplett übermütig. Jawohl. Da kann ich ja gar nicht durchgehen, Alter. Biss deppert. Nur Feuer, 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 Feuer. Biss toten, wahnsinnig. Na gut. Ich würde mal sagen, hupfen wir dann ein ins Loch. Hupfen wir dann definitiv ein ins Loch. Bin gespannt. Bin gespannt. So. Sicherzahlber Heilung. Den kann ich ja nie wissen, weil der eine Haber, der lebt ja noch quasi. So eine scheiß Viechte. Ja, sehr gut. Oh, Kistalle. Gibst du, gibst du. Beschwörungskerze, des, des, des. Ich hab das jetzt grad aktiviert. Wieso hab ich grad verlanden? Äh. Okay. Hab ich unabsichtlich grad hierhin das aktiviert. Wüsste auch so nix. Aber. Ah, lassen wir mal kurz zu stehen. Na, 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 na. Das kann ich nicht weggeben. Biss toteppert. Fiechst nicht. 100% nicht. So, wie schaut's aus? Doppelklinge. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ein Spärli. Gibt's da was Besseres? Na, ist schon gescheißig. Passt. Weiter geht's. Aber gleich. Doppelklinge. Bessere. Du musst dann auch schauen, dass ich beim Dojo auch ein bisschen weitermach. Ganz, ganz wichtig. Damit ich die ein oder andere Mission dann auch noch ein bisschen abgeschlossen hab, damit ich neue Fähigkeiten dann krieg. Für die Doppelklinge oder für den Speer oder irgendwas zumindest. Weil auf das scheiße kann's ein bisschen. Passt nicht. Muss ich mir anschauen. Muss ich mir anschauen. Dass ich da in der Hinsichtding das freischalten kann. Bin mir da sicher, aber. Ich muss das Gefühl, dass gleich... Weiß gar nie bei wo lang, dass sie ein bisschen 31er sind, die Entwickler. Dass sie den ein oder anderen Gegner um die Ecke platzieren. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich trau ihnen alles zu. Ich trau ihnen alles zu. Äh. Der ist ja ein großer. Was macht der? Ich will dir gern. Ich will dir gern immer hochfahren, aber das ist schön, dass du mal ausschust. Schau ein bisschen dezent, sehr, sehr ausschust. Ich würde den aber trotzdem gern mal machen. Ich hätte mal gesagt, ich hab dir mal durchschüss. Soll ich auch wieder nicht schießen? Ich bin nicht schiessen. Guck dir. Wo ist ich mit dem anderen? Wo ist es mit dem? Ah, die können schießen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Äh, Brüle. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Bleib ruhig, Didi. Ah, das war so klar. Das war so klar, dass der mich erwischt. Das war so klar. Aber Gott sei Dank haben wir wenigstens was zum Schießen. Da oben? Ja, genau. Und ich habe ich schon gesehen. Den habe ich schon sowas von gesehen. Digga. Bin ich da jetzt um mich rufen? Ja. Okay. Ähm, ja. Der richtig toll rüberkupft. Ja, definitiv. Ich würde gerne den großen Maier machen. Und das geht es mir jetzt gerade. Oh, nee. Nicht noch seiner. Super, ich bleib ruhig mal wieder hängen. Erleihren. Richtig geil. Richtig geil. Bleib einfach mal wieder hängen. Alles, gell Digga. Ich sitz nicht gut aufgehend. Das ist wie wir Pforten aufgehend. Meiner Meinung nach. Wir Pforten. Oh, erst mal. Zwei mal. Jetzt kriegen wir noch. Kriegen wir noch. Da brennt jeder Hammer. Wow. Wow. Das war jetzt ein bisschen knapp. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ja. Ja. Das war scheiße knapp. Das war richtig scheiße knapp. So großer. Danke. Da hat es immer wieder perfekt ausgezahlt. Gebt den Scheißdreck weg, Bruder. Gebt den. Gebt. Also. Hoppala. Da war ja was. Da habe ich ja was weggegeben. Scheiße. Wurscht. Ich hätte gesagt gehabt. Ich würde jetzt da mal kurz rumschauen. Wegen dem Großen. Der würde mich jetzt ein bisschen nicht sehen. Knapp ist gut gesagt. Knapp ist sehr, sehr gut gesagt. Ich würde gerne zu dem Großen mal kurz mal reinschauen. Wichtig und richtig. Ganz, ganz wichtig. So. Wie schauen wir aus? Einmal da so durch. Oh. Da gibt es auch was köstlich-schmächtliches. Sehr gut. Stehst du da jetzt durch? Ja, kurz. Da kann ich ihn da auch nicht von oben geben. Das wäre süßbar. Oh. Oh. Warte einmal. Ja. Ja, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Wollen wir jetzt ein bisschen unsicher. Da wollen wir jetzt echt ein bisschen unsicher. Ob das funktioniert oder nicht. Schwierig. Schwieriger Hase. Bissler Bosse. Nix. Gar nix. Keine Waffe. Nix. Nenn einmal. Verstand. Oder hier. Nix. Trocken der Hals noch. Trocken der Hals. Ist aufpassen. Ja. Genau. Wegen dem Wichser. Genau. Aber auch nur wegen dem. Dann gibt es auch noch einen Boss. Oh. Dann würde ich sagen, dann hole ich mal lieber den anderen. Hole ich mal lieber den anderen. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. So. Schauen wir uns das einmal an. Da rakt es wieder bis zum Gän immer. Da kann ich eh überall. Gell? Pass. Wichtig. Dann werde ich wahrscheinlich wieder durchbredeln. Was ist das? Das ist das ich will. Ich will. Nein. Unbedingt. Ja. Ja. Genau das wollte ich vermeiden. Genau. Aber eins. Genau das wollte ich vermeiden. Super. Ja komm her Burli. Na sieh ich aus dir rechts. Kommst du, kommst du, kommst du. Ja safe. Na. Na. Geht. Geht. Perfekt. So. Ich würde sagen, das Rad ist hier unterwegs. Das sagt mir nicht. Ich glaube da ist ein Rad auch noch. Nein da ist ein großer. Ein großer Gedeh. Ein großer Gedeh. Ist nicht so tragisch. Ist überhaupt nicht so tragisch. Schießere. Das habe ich auch noch gesehen gehabt. Ja du musst raufkommen. Obwohl. Willi. Nein. Nein. Ahaha. Du drollpuff. Weg. 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 Ja wichtig. Wichtig. Chill. Ja. Boah. Du bist wirklich ein unnötiger Bastard. Du bist wirklich ein richtiger unnötiger Bastard. Däger. Oder. Jedes Mal das gleiche gemacht. Jedes Mal ist da. Sicherheitshalber Heilung. Ja. Explosion. Ja. Genau. Der andere macht aber auch die ganze Zeit Explosion. Das sagt mir aber nicht. Das sagt mir überhaupt nicht. Das scheiß Battle. Das scheiß Battle. Das scheiß die ganze Zeit. Was ist mit ihm? Brauchst du da nicht oder was? Und schieß. Geh n'arsch. Geh n'arsch. Das scheiß und scheiß und scheiß. Ich habe immer einen Hund. Das ist Wahnsinn. Du bist ja auch. Du, ich habe grepiert. Nein. Einmal. Das ist ja auch voll. Da haben wir bis jetzt noch einmal geschaut. Wie geht's dann auch. Ich muss mich gleich wieder beschweren bei dir entwickeln. Was ist da los? Da kommt eh noch so einiges. Da kommt eh noch so einiges. Ich brauche mich da definitiv nicht beschweren. Nein. Es kommt noch so einiges. Ich bin sicher bald in Orsch. Daheim wieder. Fiz. Geh n'ar. Geh n'ar. Geh n'ar. beschweren, was für ein Drecks-Game. Oh, das ist öffne. Ich konnte nicht früher abstehen, gell? Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat sie wieder ausgezahlt? Ja, was meine Flammen? Ist ja was größer. Da waren wir eh schon drin. Ja, da kommen wir hin, der Buhle. Oh. Oh. Oh, ne, schlecht. Oh, fuck. Er hat sich gegönnt. Ah, ja, pass lieber auf. Ja, ja, das mit dem Rammen. Immer dieses Rammen, Digger. Das muss ich unbedingt aufpassen. Immer mit seinem scheiß Rammen. Aber hab ich auch nicht schlecht gemacht. Hab ich auch nicht so deppert. Nur ein bisschen, nur ein bisschen deppert. Ich muss nicht nur ein bisschen. So, wie spät haben wir es? Ah, ich muss langsam aufhören. Ich sollte langsam aufhören, Bruder. Ja, da war ja was mit Arbeiten, Digger. Darauf geschissen. Einfach weiter so. Ja, Mann. Da war schon der Große dabei. Ach so. Okay, ich würde mal sagen... Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das trifft sich richtig, richtig gut, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig jetzt. So, ich würde mal sagen, ein Madeleine hier. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.